ja ja so kunstfertigkeiten ja ich brauche mehr kristalle hier kraft kristalle drei minuten dauert das ok komm schon ich möchte dass sie den weg freiräumen für mich los schnell ich sammle mal kristalle ein halt der krass wie sah denn die augen eben aus total weiß es ist schon die macht anpassung die ist so wäre das verschlüsselte datenfeld also holo kommt für dich oder wie der telefon hätte auch sein können dass bei euch zu hause jemand anruft ich weiß nicht wie um halb eins anruft aber wenn ich nicht nur es gibt mich schon durch es gibt noch mal was wo ich aber oben den boss den der wieder bei den jungen die chance wenn man muss kämpfen war ja gerade unterwegs ich soll den angreifen Entschuldigung Oh zu geil Blitz, Blitz, jawoll Das sieht aus, als ob ich ihn am Hintern irgendwie grapschen will Uh, Popo-Macken Noch mehr Blitze Ich will noch mehr Blitze Was sind nur noch 507? Beim ersten Mal hatten wir glaube ich 1000 für den bekommen Was ist ein anderer Champ? Ich weiß es nicht Willenskraft Boah, brauche ich Sieht immer scheiße aus Ja? Ja, es macht grün Verbessert, aber sieht doof aus Will ich eigentlich gar nicht Sieht scheiße aus Ne, sieht wirklich scheiße aus Zähne an Zähne an Hier ist ein roter Dreck Aber die Hose, die färbe ich nicht Wobei, die passt schon dazu, ne? Die ist schon lange gepasst Ja, komm, weiter, Leute, komm Nicht wahr, nur Viga Viga gibt's bei uns Ja, ja, ja Farbenvereinheitlichen Jo, hat sich nichts geändert Die hat schon gepasst Irgendwann auch mit Farben Viga, Viga, Viga Wie? Mission war nicht erfolgreich Oh, Chem-Wahl Du bist der blödeste Schatzsucher, den es gibt Archäologe Nicht Schatzsucher Moment, das ist Helden 4, ne? Nein, H2 Achso, aber war ich nicht ohne Helden 25 Hä? 25 Wie, 25 Äh Das ist aber Fokus, du brauchst Sheld Was machst du denn da? Egal, jetzt pack der rum Ja, du, du Ja, du fliegst Aber das war eben nicht extrem Richtig schrecklich, ja Ich dachte schon Alter, wie hoch springt der Ja, das soll der Aufzug noch runterfährt Nee, aber das ist, das sieht komisch aus Sehr komisch Ja, es gibt in dem Flashpoint Kolumi Ach, Kolumi sag ich Kadimimo Da ist ein Aufzug, der fährt richtig schnell runter Wenn du da springst und unten wieder ankommst, bist du tot Die machen wir auch mal, ne? Der ist riesig hoch Ja, der dauert aber noch bis du da ankommst Ach man Oh, mitten rein ins Getümmel Ja, geht doch nicht anders Und jetzt lootet er noch mehr hier Kann einer heilen? Nein Ja, mit Medi-Packs Das war wohl nix, ne? Ich hätte ja sonst Kemval herholen können Aber Eddy war jetzt so erpichter drauf, dass er da reinspringen muss in die Gegner Ach so, jetzt weiß ich, warum ich nur 500 für den Champ bekommen habe Ich bin gelb In der Erfahrungsleiste Ah, du bist nicht mehr ausgeruht Ja Seid ihr auch schon? Nö, ich bin noch grün Hallo, und du hast? Wieso gehst du denn? Ich hab kein Leo Und die ist weg Und die ist weg Der hat immer noch nicht Kemval, oder? Ah doch, Alter Hey, was soll das hier? Ich hab Kemval Ja, den könnte man gerade nicht sehen, so zwischen den ganzen Namen Da noch von den dunklen Steinen Ach, hast du das auch eingeblendet? Nee, ich kann eure Namen sehen, sonst keine Unsere, sonst muss ich mich anvisiert haben Boah, der Typ ist richtig reudig da Als ich mal alleine war, bin ich hier irgendwie runtergefallen Von da oben Und der hat mich fertig gemacht Uh, was episches Wartig? Das sammle ich mal schnell ein Bevor die anderen reinkommen Ja, ey, blass du auf, ey Ausdauerlist Ja, wusste ich, ist erlaubt Nee, doch nicht, diesmal nicht Aber trotzdem, nice Ähm Und hier aufs Rum und Karls ist episches Drop, das ist meistens die List Echt? Oder du von 9 Oder du von 9 Vergesst du von 9 Aber es ist Lieder Das ist episch Ey Kemval, du redest mir zu viel Bring dem nichts mehr Er hat doch auf der Black Talon, äh Die Rüstung bekommen, die ist viel besser Ja, ich weiß Oh ja, ja, ich weiß Ja, ich weiß Er springt da so rein, ey, anstatt dass wir einfach weitermachen Wie weitermachen? Ja, mit dem Crash, wir müssen ja weiter Achso, ja, ich will noch ein bisschen Wieso ist denn dein Kemval nicht voll aufgeladen? Wie ist er nicht? Er ist fast tot Ja, da kann ich auch nichts für, wenn er so schlecht ist Alter, lad dich auf Schick den mal weg und ruf den Lieder, das geht schneller Äh Weg, schick auf sein Bild Auf sein Bild, hier rufen das Ach, da drüben Oh, schlecht Gefährdung wegschicken Nein, ich muss doch stehen bleiben Wiederholen Meisenbammer Moment, da ist doch hinten was Ach, das ist oben, ne? Abgabe Da hinten, da kommt ja nochmal ein richtig geiler Gegner Kämpfen Du Volker-Chan Du Volker-Chan Auf gut anheifst Ey, der labert mir echt zu viele Kemval Ich find den cool Ich hab ihn nicht mal angeklickt Der labert und labert Kannst du die Stiefel gebrauchen? Ausdauer, Willenskraft Ähm, Rüstung geht runter Stärke geht runter Ausdauer geht hoch Willenskraft geht hoch Wie viel hoch? 11 hoch, Rüstung geht 15 runter Ausdauer 4 hoch, Stärke 7 runter Ja, komm mal hier Na Hallo, bereit? Jetzt kommt ja dieser Wirbelgegner her Nicht aktivieren Huch Huch Ich ist es zu mir leid Warum sollte ich das denn nicht aktivieren? always Was? Ich bin nicht versuchend Ich muss dich vornehmen Nein! OhYa Nein! Oh myGawd Und das machst du doch mehr Kacke Geh da weg Da hört man in die andere Gruppe rein, ey Jetzt kommt ein Champ Ja klar, der fällt da so einfach runter. Ach, da ist er. Ja, dieser Wirbeltyp. Was kannst du? Wieso kannst du dich heilen? Was ist denn hier verkehrt? Ja komm, klettert alle hier rauf. Ja komm, wir machen hier Bergsteigen. Oh, wie er da rumläuft. Wie, wo wir... Hä? Da unten ist er. Ey, geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich in Ruhe. Wer trifft denn, ey, ich komm mal da runter. Ey, komm du doch hier hoch. Der Weichstett da oben. Komm du doch hier hoch. Sehr cool. Jetzt kommt er wieder zu mir oder was? Warte mal, ich schieße mal runter hier. Oh nein, ich höre das. Oh Gott, Alter, ist so viel hier los. Oh nein, geh weg. Flieh. Also das war jetzt eben ein bisschen unübersichtlich. Ja, ja, weil wir so rumgewackt sind. Willst du dir noch was zu verdanken? Äh, nicht mehr. Doch, du warst da oben. Auf dem Bohrer. Ja. Oder was? Oder wie? Ja. Los, kommt ihr Noobs. Wieso rennst du denn schon wieder weg hier? Durchgelände habe ich ja noch nie erlebt, ey. Ja, ne? Wie er rumgelaufen ist, ey. Krass. Tja, ne? Mit mir kann man was erleben. So, mal ein bisschen dichterrandscrollen hier. Ich finde, die hellen Augenfarben, die stehen den Ratataki irgendwie. Wee. So, oh, hier ist alles rot. Das ist voll nervig mit den ganzen Gegnern. Das einzig Gute ist, dass ich nicht mehr in die Gegner einfach so reinlaufen kann. Ne, ich habe das auch so gemacht, dass ich nur die Gegner sehen kann. Also, mit Namen. Die ich auch anlesiere, weil das ist sonst irgendwie voll verwirrend, finde ich. Und jetzt ist hier alles grün. Verbündet. Ne, das muss ich, glaube ich, ausmachen. So. Gutes Equipment. Jo. Das war ne grandiose Vorstellung. Ja, ich weiß. Der Bohrer hat die Nacht zum Tag gemacht. Hier sind die Credits, wie versprochen. Jo. Die Credits. Ne, ein Messer. Ein gutes Messer. Schild. Fokus. Schild. Drum und Kars Auszeichnung. Hm. Schild. Du brauchst Fokus. Schild ist für Tank. Cool. Hallo. Schild ist um eine Stärke hoch, zwölf Ausdauer, sechzehn Machtkraft. Ja, nur hier mal ich. Hm. Die drei Auszeichnungen wären besser gewesen, ne? Hallo. Ich hab, ich hab, ich hab noch die Möglichkeit, die Auszeichnungen zu nehmen. Dann würde ich die Auszeichnungen nehmen. Dreckson. Hulu. Schön, euch wiederzusehen. Ich wusste, diese Sklaven haben keine Chance gegen euch. Habt ihr einen der Mörder aufgespürt? Was habt ihr erfahren? Können wir etwas damit anfangen? Jetzt kann ich nichts auswählen. Und lesen kann ich das auch schlecht. Mann, das sind... Das sind Irre. Krass. Ich habe alles erledigt. Ihnen zu helfen wäre falsch. Vielen Dank. Sie sind verrückt. Halten sich für Sith. Sie... Was? So eine Unverschämtheit. Wir sorgen dafür, dass sich diese Ketzerei nicht verbreitet. Scheiß Schleimer. Ich habe mit meinen Vorgesetzten gesprochen und sie willigen ein, euch für eure Arbeit zu entschädigen. Was? Also hier. So eine Unverschämtheit. Das ist mehr, als ich in einer Woche verdiene. Ich würde euch ja bitten zu bleiben, falls die Sklaven nochmal Ärger machen. Aber ihr habt sicher andere Verpflichtungen. Jetzt kann ich wieder mitreden. Die habe ich. Zu schade, dass der Aufstand weitergeht. Lebt wohl. Die Pläne der Sith erfordern ständige Aufmerksamkeit für Henrich. Ja. Ja, natürlich. Es war eine Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Oh, nein. Komm, ab und zu mal vorbei. Was war denn das für eine Zusammenarbeit? Wir machen die Arbeit und er guckt zu. Ja, ist so. Boah, krass. Schon wieder Hälfte. Team. Toll. Ein anderer macht's. Bist du jetzt gerade für mich nicht abgefahren? Was ist das denn? Chem Wahl. Nö, ich nehm die Auszeichnung. Wieder inspizieren. Ja, vermächtnis 2. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte. Ach, du Scheiße. So, jetzt Schnellreise. Ich muss doch verkaufen. Erstmal verkaufen. Schnellreise. Schnellreise. Ähm, Cantina, ne? Ja. Und dort loggen wir dann auch aus, oder wie? Reicht voll. Ist mir egal. Ja, wenn wir zu viel ohne Ushira machen, ist auch doof. Ja. Ja, wir sind ja jetzt auch soweit fertig, dann. Die auch sagen, loggen wir jetzt aus. Boah, krass. Und ich kann sogar noch mit Kemba reden. Kemba ist cool. Aber die Gespräche mit ihm hebe ich mir, glaube ich, auf. Die Gespräche... Hier ist gar nichts mehr an Missionen. Boah. Gut, dann sag ich hier erst mal Tschüss. Joa, Tschüss. 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 Viel Spaß mit dem Folgen. Hm? Kommt auch bald wieder ins Special. Ganz bestimmt. Ja. Ja, geil. 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 Tschüss. Ja. Tschüss.